mal zu liebe leute willkommen zurück zu einer weiteren aufnahmen wir haben in der letzten folge mit brand geredet das werden wir heute wieder tun alles weitere nach dem intro bis gleich so wir haben in der letzten folge auf jeden fall den check gegeben und genau das bewiesen dass der check bezahlt wurde und somit kann der kleine boy jetzt endlich losgehen und das testament vorlesen ich denke mal wir sollten ihm am besten folgen zurück ich nehme direkt die karte und wir gehen ins menschen weil dort nämlich das testament vorgelesen ich bin gespannt ob das jetzt auch überhaupt passiert hier passiert nämlich immer so einiges so wo haben die denn noch mal das testament vorgelesen ach in der bibliothek ne genau hier rein öffne please i see we are all here now excellent before we can proceed with the reading of the will chuck edmund has three stipulations ok drei bedingungen ok binärcode quasi und wer ist er wer wer ist dac hi dac you here for the well reading to yes delores hoping to get a new shovel ach ja er hier vorne vom vor dem haus der hatte alles umgegraben entschlüsselt chucks testament besorgt wird ein symbol berry kuchen gelange ins chucks gruft sammeln 21 oder mehr staubkörner okay 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 ich habe in dem wald schon den symbol berry bush gesehen und ich weiß dass hier vorne hier vorne ist gut eine bäckerei war dort wo jetzt der vakuum röhren verkauf stattfindet und dort werde ich jetzt erstmal hingehen und fragen ob diese frau weiß ob es irgendwas damit auf sich hat nicht das deiner hier vorne ach ich glaube das war in der b street oder das war nur die gasse ok wir gehen mal gerade in die a street war es hier ich habe mal wieder ein zwei tage nicht gespielt nickel news ok da war ich auch schon lange nicht mehr drin post office nein hier war es nicht und hier geht es ja zu dieser okkulten frau ich habe in der vorletzten aufnahme leider ein bisschen was naja eigentlich war ich das gar nicht das war mehr oder weniger ob es und ich werde jetzt öfters mal nach links rüber schauen und gucken ob das ganze noch läuft nicht dass mir das hier nochmal passiert also es war richtig ärgerlich ich gehe noch mal rein und frage die gute frau ob sie weiß was es mit diesem kuchen auf sich hat und da du kannst auch einen wunderbaren thimbleberry kuchen backen könnte ich einmal kommen ricky du machst so großartige thimbleberry pie kann ich einen bekommen? okay sie ist quasi raus das stimmt doch gar nicht keine thimbleberrys mehr? ich habe noch den bus schon gefunden die letzten thimbleberrys wurden in der alten forrest nicht in der forrest ich habe es immer liebte da in der aber ja, ziemlich schrecklich niemand geht da, ohne dass sie es muss die Leute haben da in den letzten Tagen verloren Tage! und ich habe gehört, dass einige es nie auswählen werden das stimmt, ich habe auch diese historien gehört und dann gibt es das alte bierproblem ähm picking gloves ach so ach, okay ich dachte schon, die muss ich jetzt irgendwie ähm auch noch suchen okay, dann gehen wir dort mal hin wir öffnen die Tür, gehen wieder raus und gehen mit unserer Karte zum Wanderweg ja, ja, ja ich weiß gar nicht, wie ich dort gegangen bin ich meine immer nach links dann bin ich da einfach hingekommen natürlich muss ich erstmal hier rein schwuppdiwupp aber wir sind echt irgendwie Bären, habe ich das Gefühl genau, und jetzt bin ich immer nach links gegangen nochmal nach links äh da ist er doch ach verdammt nochmal ähm ich habe mich eigentlich immer links gehalten da ist er, yo nice so, benutzen wir die Handschuhe mal mit den Bären einige Minuten geschäftiger Aktivität später okay betrachte die Simbleberries okay, dann wollen wir mal nehmen wir mal die Karte mhm, okay und wir gehen einfach immer zack, da sind wir auch schon draußen okay, wir sind nicht mehr im Forest das heißt, wir gehen wieder in die B Street oh, hier kann man noch rumgehen krass, das habe ich auch nicht gewusst anscheinend kann man es nicht, aber auf der Karte ist es eingezeichnet mhm, okay dann gehen wir mal hier rein und gucken, was wir hier anfangen können mit Johnny hier vorne mhm mhm, ich habe die Simbleberries Can you please make me the pie? you've found them good for you and now well I was very careful and also your gloves won't be needing them now thank you I'll go make it now won't be a Jiffy won't be a Jiffy wie sägt sie hämmer Sie schraubt, Pressluft hämmert, Glas zerspringt. Hier ist dein Thimbleberry Pie, genau wie Chuck es lief. Das war einfach. Okay, das war einfach. Dann gehen wir mal einfach wieder zurück, würde ich sagen, oder? Moment, ich schaue nochmal auf unsere To-Do-Liste. Entschlüssele Chucks Testament, Binärcode. Ja. Also in Dolores Zimmer ist eine AC-Tabelle. Ich denke, dass es dem Ganzen dann doch schon Abhilfe verschaffen wird. Dann gehen wir mal hoch. Was hat es eigentlich mit dieser Uhr auf sich? So, ab in die Halle. Tür, Tür. Ähm, Moment, ich gehe gerade gar nicht in das richtige Zimmer. Ich glaube, das Zimmer von Dolores war doch hier vorne, oder nicht? Ähm, öffne mal die Tür. Nein. Mist. Okay, wenn ich jetzt da wieder reingehe, komme ich da vorne auch wieder raus? Ja. Das hat mir doch gerade ein bisschen Zeit gespart. Hier war das Zimmer, genau. Ähm, nutze das AC-Poster. Okay, dann benutzen wir mal das Testament mit dem AC-Poster. So, der ja nun hier vorne steht. Wir benutzen also den Computer. Okay. Benutzen das Testament mit dem Computer. Ah, ja. Kann ich das eventuell abnehmen? Ähm, kann ich das eventuell abnehmen? Hä? Schaue. Okay, gut, 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 gut. Nutze das Testament mit dem AC-Poster. Ich brauche mehr als ein Chart, um das zu kodieren. Äh? Äh? Ähm. Vielleicht jetzt? Immer noch nicht, ne? Das funktioniert nicht. Ich werde eine ziemlich powerlige Programmungs-Language brauchen, um das zu kripten. Hm. Achtung, kleiner Husten. Ähm, ähm. Ähm. Ja. Okay. Okay. Nutze AC-Poster. Mit Computer geht nicht, ne? Hm. Ich benutze einfach... ...den Computer. Oh, dann geht er aus. Okay. Ja, wie kriege ich denn das hin? Das ist ja... Oh, Dekodierlinse. Kann ich mir aber nicht nehmen, ne? Nutze Dekodierlinse. I don't want to do that. It would make it look red. Okay, das ist nur der Drucker? Wie... W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Hm. Wenn ich das mal im Inventar hätte. Graphics Basic. Nutze Graphics Basic. Kann ich das eventuell nehmen? Ja, genau. Nutze Graphics Basic mit Testament. Das ist doch schon der C64 hier, oder nicht? Es ist mein state-of-the-art Commodore 64 mit dual 1541-Floppy-Drives und einem blazinglich fast 1200-Baud-Modem. Ich möchte das Ding mit dem Computer benutzen. Sie tippt da irgendwas ein, aber... Hm, okay. Stand da unten eventuell noch? Im anderen Raum denn? Ach nee, das ist ja hier vorne. In seinem Zimmer in dem Computer? Ich meine, die AC-Tabelle steht dort vorne, ja. So, wir gehen mal rein. Ist hier noch ein Computer? Nein. Roboter Schachtel. Kann ich den Mist eventuell öffnen? Das ist natürlich jetzt schon wieder... Gehe zu seltsames Gerät. Was ist das denn? Okay, dann heb es doch einfach mal auf. Was ist denn das? Betrachtet, dass der jetzt haben wir gehört? Hm. Okay. Dangerous Device. Vielleicht kann ich das einfach... ähm, mit meinem Computer da hinten verbinden, oder so. Öffne mal die Tür. Durch und dann gehen wir mal ins Zimmer. Mal gucken, ob wir das Ding in der irgendwie anschließen können. Nutze... Ich glaube nicht, dass ich das hier benutze. Es sagt, es ist gefährlich. Ja. Okay, das geht anscheinend auch nicht. Da ist noch ein Staubkorn. Das habe ich gar nicht gesehen. Will. Smith. Okay, gut. Hier läuft ja noch alles, ne? Sehr schön. Kann ich ihn jetzt nochmal benutzen? Ach, hör doch mal auf. Nutze, will, mit einem Poster. Ich brauche mehr als ein Chart, um das zu kodieren. Wie vielleicht ein körperliches Commodore 64. Das funktioniert nicht. Ich werde eine ziemlich körperliche Programmierung brauchen, um das zu kodieren. Hm. Tja. Das ist natürlich jetzt komisch. Ähm. Die Bücher sind es ja nicht. Schau dir mal das Poster einfach an. Es ist mein handy ASCII-Chart. Nee, nee. Hm, okay, gut. Hier komme ich gerade nicht weiter. Was gibt's denn hier bei ihr noch Neues? In dem Notizbuch. Steht da das Geheimnis der KI der Kissenfabrik? Sagen wir 9, 10, hm, hm, hm. Schlüssel zum Tor der Fabrik. Also, okay, hier gibt's nichts weiter Neues. Mit ihm hier? Was geht mit ihm? Mit ihm muss ich irgendwie in das in das obere Stockwerk kommen. So, der Fahrstuhl ist da. Oder muss ich das eventuell mit dem Geist machen? Ich hab noch keine Ahnung. Ähm. Wo waren wir denn? Und sie muss ich irgendwie auf dem aus dem Fahrstuhl hier rauskriegen. Hier ist der Fernseher. Ach. Moment mal. Wenn ich jetzt Franklin nehme. Ähm. In welchem Stock war ich denn jetzt? Hab ich eben auf 10 gedrückt, ne? Ich geh da mal rein. Und geh mit ihm auch mal auf 10. Vielleicht kann ich den Fernseher irgendwie dazu bringen. Also, Clara, weißt du, wie du verstorben bist? So, Clara. Do you know how you died? So, noch mal ein bisschen. Ich war in der Hotel Ball mit meinem Mann. Und dann habe ich eine schreckliche Schmerz in meinem Seite und ich wachst, tot. Ich war in der Hotel, glaube ich. Ich erinnere mich nur ein Flasch und dann wachst, tot. Ich denke, wir waren alle in der Hotel. Da ist etwas schreckliches über dieses Ort. Mhm, mhm, mhm. Wird dir nicht langweilig, für alle Ewigkeit hier gefangen zu sein? Na, wer hat denn Xavier die Verantwortung übertragen? Auf Wiedersehen. Xavier ist übrigens der Geist oben im Kleinhaus. Die Weißberg-Klinik. Okay, alles klar. Bye und gute Glück, Clara. So, dann gehen wir mal raus und wir zappen den Fernseher. Dieser Kanal ist nur statisch. Ich sollte noch einen anderen Kanal finden. Was ist das auf der TV? Oh, nichts interessantes. Zurück zur Arbeit. Sie ist aber schon da rausgekommen. Banane, Banane, Banane. Banane, Banane. Sie ist jetzt auf dem Karten für Kass. Sie ist jetzt auf dem Karten für die Rache und die Soapie. Sie ist jetzt auf dem Karten für die Rache und die Soapie. Okay. Zappen den Fahrstuhlknopf. Was ist das auf der TV? Oh mein, das ist mein Lieblingsklapp. Die Rache und die Soapie. Die Soapie kann warten. Na, zumindest ein bisschen. Mhm. Wie haben sie schon mal da rausgekriegt? Und jetzt müsste ich ja eigentlich mit ihr... Moment mal gerade. Weil sie hier dieses Buch der Toten hat. Jetzt müsste ich mit ihr ja eigentlich zum Hotel dort reingehen. Und dann mit dem Buch diese Runen dort wegmachen, oder? Das wäre doch mal was. Ist der Fahrstuhl eigentlich noch am... Ich kann mich immer wohl auf Öffnen drücken. Witzig auch, dass der im oberen Stockwerk noch zu sehen ist, wenn der Fahrstuhl kommt, nicht wahr? So, wir gehen auf 10. Warum eigentlich auf 10? Ich Idiot. Ich müsste doch eigentlich auf Penthouse drücken. Was ist hier unten mit diesem Pizza-Flyer auf sich hat, frage ich mich ehrlich gesagt auch. Da steht nämlich eine geheime Nummer drauf. Ein geheimer Code. Code 943265. Kommt zum geheimen Treffen. Elektrischer Zaun. So, und wir sind... Wolkenkratzer. Wer ist das denn jetzt? Das ist unglaublich. Ein lebhafter Mensch in meinem Penthouse. Kletta ist in so viel Trouble, nächste Mal, dass ich sie sehe. Okay. Oh, hier wieder ein Staubkorn. Und hier vorne war doch der Christ... Okay, der Geisterkristall wird auch nur von den Geistern gesehen. Dann werde ich mal gucken. Benutzen wir mal das Buch der Toten... Zum geheimen Eingang öffne. Achso. Das ist nur für Geister, oder was? Hier ist noch ein Staubkorn. Sehr schön, sehr schön. Ist hier irgendwo ein Lichtschalter? Geheime Tür. Hm. Auf jeden Fall ist sie geöffnet. Vielleicht sollte ich nochmal wechseln auf... Sepp. Weil die Tür ja für Geister gesperrt war. Ich gehe nochmal hoch. Vielleicht wird mich dieser Xavier gleich davon abhalten, dort hinzugehen. Besuche Chucks Gruft. Finde das Geheimberuf der Beschwörung. Muss ich das da eventuell hinlegen? Okay, hier passiert nichts. Hier ist auch nichts, was ich irgendwie anschalten könnte, oder so. Nur ein Podium. Kann ich das Podium setzen? Das benutzt die Elektrizität. Hm. Wir wechseln auf sie. Nutze das Buch der Toten auf dem Podium. Nice. Jetzt wieder mit ihm dahin. Ähm. Rede. Ich glaube nicht, dass das Ding noch richtig funktioniert. Es braucht etwas von dem Tod. Der Tod. Den Kristall eventuell, oder? Wir gehen nochmal raus. Ähm. Stay away from my crystal. Hm. Okay. Okay. Kann ich bitte den Kristall haben? Kann ich bitte den Kristall haben? Kann ich bitte den Kristall haben? Kann ich den Kristall haben, damit ich mit Dolores eine letzte Mal sprechen kann? Nicht eine Chance, neue Ghost. Der Kristall hinter mir hat unbekannte Macht. Und niemand wird es ever getroffen. Okay. Bye, Xavier. Sorry for bothering you. Ähm. Kniffelig gerade. Vor allen Dingen. Da habe ich mit Ransom noch übelst viel zu tun. Da weiß ich auch gar nicht, was abgeht. Hier ist immer noch... Why can't I leave? I bet it's Xavier keeping me here in this stupid hotel. Sacken kann ich das Ding nicht, ne? Hm. Okay, okay. Er braucht noch was von den Toten. Hm. Ich gucke mal hier auf seine To-Do-Liste. Schau mal in there! Kissenfabrikschlüssel. Geheime Seite aus dem Witzbuch. Hm. Das ist ja... schon ziemlich Witzbuch. Ja, soll ich dann doch mal zum... zum Zirkus gehen mit ihm? Alter Zirkus. Ah. Hier. Hier ist uns die Seite abhanden gekommen. Ich gehe noch mal... Kann ich hier überhaupt noch? Ich gehe noch mal in seinen Wohnwagen rein. Das Ding wird doch... Auf dem Dach hier ist es wahrscheinlich echt nicht. Wie geht's denn in den Hamster? Oh, hier ist noch ein Staubkorn. Hm. Staubkorn. So. Aber hier ist auch nichts weiter, ne? Zwangs-Wandungs-Anweisung. Schaue ich mir mal an. It's a stack of Eviction notices. Haha. Like that... Sheriff is really gonna drag me to court. Nice care the crap out of them. It's my wall safe. Same as last time you checked. Okay. Kann ich ihn noch mal öffnen? Ja, passiert nichts Großartiges weiter. Oh, da unten ist noch ein Loch. Dann schaue ich mir mal das Loch an. Hm. Okay. Trampolin. Trampolin. Hier geht ja nichts. Hier geht ja nichts. Nutzte das Tramp... too far to jump from here. Okay. Wir müssen anscheinend, um diese letzte Seite zu holen, dort drauf springen. Aber... Moment mal gerade. Kann ich das Ding nicht ziehen? Haha. Ja, wie einfach. Na, jetzt habe ich aus Versehen... Kann ich das drücken? Okay. Gehen wir mal hier hoch. Und dann nutzt mal das Trampolin. Mess. Ich gehe noch mal hier hin. Drück das Ding. Vielleicht noch mal. Alles klar. Benutzen. Ich werde nicht auf das drücken, ohne einen Spotter. Sicherheit erst. Ja, dann holen wir einfach mal Dolores. Hier geht ja gerade echt nichts, ne? Da geht ja gerade echt nichts. Sorry, Leute. Ich habe irgendwie Husten. Ähm... Alter Zirkus. Wollen wir mal gucken. Ähm... Rede mal mit Ransom. Moment. Gehe ich mit ihm noch mal hier runter und rede mit ihr. Redet mit Dolores. Hallo. Egal. Ich versuche es noch mal. Hey, Spotter. Du bist in der falschen Spot. Willst du mich meine K***n-Knecke brechen? Be careful. Okay, dann. Hier geht's. Ja, da oben ist die Seite. Schnapp sie dir. Nice. Ja, und jetzt? Jetzt habe ich die letzte Seite. Ich habe die letzte Seite. Krass. Und jetzt kann ich mit ihm wieder ins Hotel. Genauso wie mit... Ihr gehe ich auch mal wieder ins Hotel. Da unten, bitte. Weil er kann ja jetzt auf die... Auf diese Symbolcon da oben, auf diese Bühne. Und ich bin mal gespannt, ob man da irgendwas bekommt. Allerdings werden wir das erst in der nächsten Folge erfahren, Leute. Ist ja mal ein kleiner, witziger Cliffhanger hier. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Lasst mir eine kleine Bewertung da. Und dann sehen wir uns morgen. Tschüssi, Koski. Bis zum nächsten Mal.